Die ganze Reise von Genua nach Mailand machte ich mit einer sehr angenehmen jungen Ballerina eines Mailander Theaters zusammen. Camilla era molto simpatica. Oh, sie hätten mein Italienisch hören sollen. Wäre ich ein Pascha gewesen, so hätte ich sie mit nach Pfeffers genommen, wo sie mir, bei der Versagung geistiger Beschäftigungen, etwas hätte vortanzen können. Ich bin immer noch von Zeit zu Zeit ein bisschen ärgerlich über mich, dass ich ihretwegen nicht wenigstens ein paar Tage in Mailand geblieben bin. Friedrich Nietzsche und die Frauen, ein Kapitel voller Widersprüche. Diese Episode aus dem Leben des 33-jährigen Philosophen ist mehr als die Geschichte einer verpassten Gelegenheit. Verrät sie doch Wesentliches über seinen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, der geprägt ist von dem Bedürfnis nach Nähe einerseits und nach Distanz andererseits. Beide Aspekte miteinander zu versöhnen, ist das Geheimnis gelingender Beziehungen ein seltenes Glück. Erfüllung wird der am 15. Oktober 1844 im Sächsischen Röcken geborene Nietzsche anderweitig finden, beim Philosophieren, Schreiben und Musizieren. Entrückungen der besonderen Art vermag das Klavierspiel zu leisten, beispielsweise bei seinem ersten und keineswegs freiwilligen Bordellbesuch. Der 20-Jährige war auf der Suche nach einem Restaurant in ein ganz anderes Etablissement geraten. Ich sah mich plötzlich umgeben von einem halben Dutzend Erscheinungen in Flitter und Gase, welche mich erwartungsvoll ansahen. Sprachlos stand ich eine Weile, dann ging ich instinktmäßig auf ein Klavier, als auf das einzige seelische Wesen in der Gesellschaft, los und schlug einige Akkorde an. Sie lösten meine Erstarrung und ich gewann das Freie. Ein Bordell zu besuchen hatte zu Zeiten, als außereheliche körperliche Liebe verpönt war, natürlich einen anderen Stellenwert als heute. Man tat es selbst auf die Gefahr hin, sich eine Geschlechtskrankheit einzuhandeln. Der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Dieter Borchmeier zu den sexuellen Freuden und Nöten von Intellektuellen und Künstlern einer längst vergangenen Epoche. Ja, diese Anekdote mit dem Bordellbesuch und der Bordellflucht, die hat Thomas Mann im Dr. Faustus auf seinen Adrian Leverkühn projiziert. Das mag zum Ausdruck bringen, dass in Nietzsche doch gegenüber Frauen beträchtliche Berührungsängste gehabt hat. Und ganz anders als Wagner. Wagner hatte halt eine große Anziehungskraft auf Frauen. Der hätte es nicht nötig gehabt, in ein Bordell zu gehen, wo er, glaube ich, nie war. Obwohl das ja damals zum guten Ton gehörte. Aber Nietzsche scheint das also nötig gehabt zu haben. Und irgendwo muss er sich ja auch mit Syphilis infiziert haben. Aber das große Problem Nietzsches war eben diese fehlende Affinität zum weiblichen Geschlecht. Und das mag verschiedene Gründe gehabt haben. Etwa die Einschüchterung durch eine lustfeindliche Erziehung und die damit verbundene Unterdrückung emotionaler und sexueller Bedürfnisse. Dann der gerade im 19. Jahrhundert in bürgerlichen Kreisen ausgeprägte Drill zu Ordnung, Sauberkeit, Disziplin und Gehorsam. Beginnen wir also bei den Müttern. Nietzsche hatte mindestens sechs von ihnen. Seiner leiblichen Mutter, Franziska Nietzsche, schreibt der gefügige Erstklässler Ich denke recht oft an dich und möchte immer gern wissen, wie du dich befindest. Komm ja bald wieder zu uns. Ich bin gesund und munter, habe dich sehr lieb und will sein dein gehorsamer Fritz. Franziska Nietzsche hält große Stücke auf ihren Sohn. Denn dass er etwas ganz Besonderes ist, was Geistesgaben, aber auch eigenwillige Verhaltensweisen betrifft, wird ihr mehr und mehr klar. Sie beginnt, ihren Herzens Fritz regelrecht zu vergöttern. Meine Gebete begleiten dich Tag und Nacht. Denn du bist mein erster und letzter Gedanke vor dem himmlischen Vater. Für eine Pastorentochter ein geradezu gotteslästerliches Eingeständnis. So viel man weiß, muss Nietzsches Vater Karl Ludwig, ein protestantischer Pfarrer, seinen Sohn zärtlich geliebt haben. Doch er starb bereits 1849, da war der kleine Fritz nicht einmal fünf Jahre alt. So war ihm beschieden, in einem reinen Frauenhaushalt aufzuwachsen. Mutter, Schwester, Großmutter, Haushälterinnen und Tanten, alle unter einem Dach. Sicherlich hatte ich vortreffliche Eltern. Und ich bin überzeugt, dass gerade der Tod eines so ausgezeichneten Vaters, wie er mir einerseits väterliche Hilfe und Leitung für ein späteres Leben entzog, andererseits die Keime des Ernsten, Betrachtenden in meine Seele legte. Vielleicht war es nun ein Übelstand, dass meine ganze Entwicklung von da an von keinem männlichen Auge beaufsichtigt wurde. Dafür dürfte es an weiblicher Aufsicht kaum gemangelt haben. Naturgemäß erlässt Pastorentochter und Pastorenwitwe Franziska Nietzsche die deutlichsten Verhaltensregeln. Nimm hübsch den Regenschirm mit, wenn es regnet. Und solltest du je einmal nass geworden sein, so ziehe dich gleich, wenn du zu Hause kommst, um, denn du weißt, dass es dir allemal nicht bekommt. Für täglich ziehst du deine alte Jacke und die leichten grauen Hosen nebst Weste an. Ist es kühl, die dicken grauen Hosen, und sonntags die guten, nebst Kutte, welche du dir von Frau Ludwig mit einem wollenden Läppchen und heißem Wasser danach reinemachen lassen kannst. Nachdem der 14-jährige Nietzsche 1858 ins traditionsreiche und stark leistungsorientierte Schulpforter nahe bei Naumburg eingerückt ist, kehrt er seine neue Wichtigkeit hervor, indem er die Frauen daheim mit der Erfüllung diverser Wünsche auf Trab hält. Schließlich wird er jetzt ein geleertes Mannsbild. Ich habe nun meinen Schrank eingeräumt, aber fand vieles nicht in dem Koffer, wie Tintenfass, Stahlfedern, Seife und manche Kleinigkeiten. Schicke mir diese Sachen und eine Tüte Schokoladenpulver mit. Dann auch ein Buch, Vogt, Geografie. Wenn es nicht unter meinen Büchern ist, so besorge es so schnell als möglich. Natürlich reißt der Strom der mehr oder weniger praktikablen Ratschläge aus dem Frauenhaus nicht ab. Schließlich ist die Pubertät eine kritische Phase im Leben des Heranwachsenden. Da fühlt sich auch die unverheiratete Tante Rosalie bemüßigt, den moralischen Zeigefinger zu erheben. Wie oft wird dein Wille sich gehorsam beugen müssen, in menschliche und göttliche Ordnung. Und die Macht der Sinnlichkeit sollst du durch die Macht des Geistes und ein frommes, gottergebenes Herz überwinden. Nun, ein frommes, gottergebenes Herz, das hat der 19-Jährige allerdings nicht mehr vorzuweisen. Er ist auf dem besten Weg, Nihilist zu werden. Ein dramatisches Erlebnis für den Bruch mit dem inbrünstigen Gottesglauben, den Friedrich noch als Konfirmand besessen hat, konnten Nietzsche-Forscher allerdings nicht ausmachen. Vielleicht lag es einfach daran, dass sich sein Weltbild durch die auch in seiner schulfreien Zeit intensiv betriebenen geisteswissenschaftlichen Studien und die damit verbundenen philosophischen Fragen weitete. Ich gedenke mit der angenehmsten Erinnerung der ersten Eindrücke des Sophocles, des Eichylos, des Plato, vornehmlich meiner Lieblingsdichtung, dem Symposium, dann der griechischen Lyriker. Ein gelehrter Stubenhocker wird der eifrig Studierende aber nicht. Donnerstag Nachmittag war Bergtag bei dem angenehmsten Wetter der Welt. Schade, dass ihr nicht da wart. Es war sehr hübsch und amüsant. Ich habe leidlich viel getanzt. Frau Geheimerätin Rätel war da mit ihren Töchtern. Ich werde sie öfter besuchen, da ich eingeladen bin und es sehr liebenswürdige Menschen sind. Anna, eine der Töchter, hat es Nietzsche angetan. Und der entflammte Jüngling hat auch gleich eine Idee, wie er sich die Aufmerksamkeit des musikalischen Fräuleins erhalten kann. Er bittet Schwester Elisabeth doch freundlicherweise eine Sammlung von Noten für das Objekt seiner Verliebtheit zu besorgen. Liesbeth, bitte! Ich hab's versprochen! Bitte! Doch da hat Fritz die Rechnung ohne die schwesterliche Eifersucht gemacht. Mitnichten wird sie den Wunsch des Bruders erfüllen. Und mehr noch, fortan wird sie alle Register ziehen, um etwaige Konkurrentinnen aus dem Rennen zu werfen. Also förmlich entsetzt bist du gewesen, weil ich nicht wie gewöhnlich über schmutzige Strümpfe, allerlei Wünsche meines Magens und meiner Kasse und ähnliche saubere Gegenstände, die dir meine Briefe immer so teuer machen, geschrieben habe, sondern weil ich in sentimentalen, haarsträubenden Phrasen den Wunsch aussprach, mir einige Noten zu besorgen. Gewiss ein bescheidener Wunsch, der mir aber doch nicht in Erfüllung gegangen. Doch auch als Nietzsche eigene Kompositionen liebevoll gebunden ans verehrte Fräulein Rätl sendet, gibt es kein Happy End. Annas herzlicher Dankesbrief ist gleichzeitig der Abschiedsbrief. Seinen Liebeskummer verarbeitet er im Dezember 1863 in einem Gedicht. Erster Abschied Neujahr ist vor der Tür. Man hat mein Herz begraben. Und niemand fragt nach mir. Doch unerschrocken eilt er zu neuen Abenteuern und Enttäuschungen. Irritiert die Damenwelt durch nach kürzester Bekanntschaft spontan vorgetragene Liebesbeteuerungen oder gar Heiratsanträge. Im Eifer des Gefechts übersieht Nietzsche schon mal, dass eine Angebetete bereits verheiratet ist und keineswegs signalisiert hat, ihrem Gatten seinetwegen den Laufpass zu geben. Meine liebe Frau Ott, es wurde dunkel um mich. Es war mir, als ob jemand das Licht mir weggenommen hätte. Ich musste mich erst wiederfinden, aber das habe ich getan. Und Sie können ohne Besorgnis diesen Brief in Ihre Hand nehmen. Wir wollen an der Reinheit des Geistes festhalten, der uns zusammenführte. Wir wollen in allem Guten uns gegenseitig treu bleiben. Den Traum von der seelenverbindenden Liebe gibt Nietzsche noch lange nicht auf. In seinem Werk »Fröhliche Wissenschaft« führt er aus, was genau er sich darunter vorstellt. Wir glauben mit einem Male daran, dass es irgendwo in der Welt Frauen mit hohen, heldenhaften, königlichen Seelen geben könne. Fähig und bereit zu grandiosen Entgegnungen, Entschließungen und Aufopferungen. Fähig und bereit zur Herrschaft über Männer, weil in ihnen das Beste vom Manne über das Geschlecht hinaus zum leibhaften Ideale geworden ist. Mit Cosima, Richard Wagners Gattin, glaubt Nietzsche, seine Traumfrau gefunden zu haben. Prof. Dr. Dieter Borchmeier Er hat ja Cosima Wagner sehr verehrt. Ich glaube nicht, dass das erotische Konnotationen hatte, denn es war von einer solchen Verehrungshaltung geprägt, dass da für Erotik gar kein Raum blieb. Cosima Wagner ist wohl die Frau gewesen, die er am meisten verehrt hat. Das einzige Weib größeren Stils, das er kennengelernt hat, wie er gesagt hat. Es sind ja auch diese Stilisierungen Cosimas zur Ariadne und seiner selbst zu Dionysos, die Begegnung zwischen Dionysos und Ariadne. Cosima ist halt eine mythisierte Figur für ihn gewesen. Die fantastische Geschichte geht so. Nietzsche, Dionysos, will Cosima Ariadne erobern, weil er der Meinung ist, sie steht ihm und nicht Wagner, Thesäus, zu. John dabei ist ja auch in der Anstalt, wo er gefragt wurde, wie er hierher kommt. Dann hat er gesagt, meine Frau Cosima Wagner hat mich hierher gebracht. Dann verwechselte er sich auch mit Wagner und redete von seinen Kompositionen. Eine höchst merkwürdige Verwechslung, die das, was vorher nur eine Art von Rollenspiel war, nun in eine wahnhafte Realität übersetzt. Dass er die Frau geliebt hat, sofern er überhaupt eine Frau lieben konnte, das ist nicht anzunehmen. Umgekehrt hat natürlich Cosima Nietzsche immer nur durch die Brille ihres Mannes gesehen, ihn als Atlatus ihres Mannes angesehen. Wagner selbst hat sich auch Sorgen gemacht, dass Nietzsche da so solo herumlief und sagte, er muss entweder heiraten oder eine Opa schreiben. Und er hat immer wieder Nietzsche gemahnt, sich Frauen mehr zu nähern. Nietzsches Freundeskreis, der nur aus Männern bestand. Und dann diese Geschichte, dass er schließlich Nietzsche im Verdacht hatte, ein Onanist zu sein. Und da hat er dann mit Nietzsches Arzt korrespondiert und was man denn da machen könne und so weiter. Das kommt einem heute unerträglich vor, aber es war eigentlich doch mehr so eine freundschaftliche Sorge. Und was die Onanie betrifft, war man im 19. Jahrhundert von abenteuerlichen Vorstellungen erfüllt. Wagners Schlag unter die Gürtellinie ging so weit, dass er auch Verdächtigungen streute, Nietzsche sei Pederast und homosexuell veranlagt. Letzteres eine keineswegs abwegige Vorstellung. Jedenfalls war der Grabenkampf zwischen den sich mehr und mehr Entfremdenden eröffnet. Friedrich kritisierte die antisemitische Stimmung im Hause Wagner, Richard ärgerte Friedrichs Kritik an seinem Werk und Cosima scheute sich nicht, sich gehässig über Nietzsches Schriften auszulassen. Es ist ein merkwürdig liebeleeres Leben, das Nietzsche geführt hat. Eigentlich der einzige Mensch, glaube ich, den er wirklich geliebt hat, das ist Wagner gewesen. Und daher die spätere Abkehr von Wagner, durch die er sich selbst eine größere Verletzung beigefügt hat, als er sie Wagner beigefügt hat. Aber das ist ja nun ein anderes Thema. Zurück zu den Frauen also. Er hat natürlich Freundinnen gehabt, die aber erotisch keine Rolle spielten. Ich denke auch vor allen Dingen an Malwida von Meisenburg, die eine ganz wichtige Rolle in der Ideologie der Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert spielte und eine enge Freundin von Richard und Cosima Wagner war. Die hat Nietzsche sehr gefördert in Italien eingeladen und sie war wirklich für ihn eine ganz wichtige Figur. Das war eine mütterliche Beziehung, ein Mutterersatz gewissermaßen. Schenken Sie mir etwas von dieser Liebe, meine hochverehrte Freundin, und sehen Sie in mir einen, der als Sohn einer solchen Mutter bedarf. Ach, so sehr bedarf. Einen neuen, unproblematischen, emotionalen Anschluss, wie ihn Malwida von Meisenburg bietet, braucht Nietzsche dringend. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Quälende Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schlaflosigkeit und Panikattacken treiben ihn in Verzweiflung und Einsamkeit. Die Wahnanfälle häufen sich. Und obwohl er auf das Versorgungssystem von Mutter und Schwester angewiesen ist, Elisabeth führt dem Bruder jahrelang den Haushalt, bricht der Hass auf seine Familie immer unvermittelter durch. Begreift ihr denn nichts von dem Widerwillen, den ich zu überwinden habe, mit solchen Menschen wie ihr seid, so nahe verwandt zu sein? Was bringt mich denn zum Erbrechen, wenn ich Briefe meiner Schwester lese und diese Mischung aus Blödsinn und Dreistigkeit, die sich gar noch moralisch aufputzt, hinunterschlucken muss? Ich fürchtete mich vorigen August deshalb, nach Naumburg zu gehen. Um mich nicht tätlich an ihr zu vergreifen. Diese negativen Äußerungen über Mutter und Schwester sind natürlich merkwürdig. Sie sind aber doch schon von einer gewissen Trübung seines Bewusstseins geprägt. Ich meine, er hat auch in der Zeit, als der paralytische Zusammenbruch kurz bevor stand, hat er doch immer noch wunderbar geschrieben, bis in seine letzten Äußerungen hinein. Die Sprache ging ihm nie verloren, aber die allgemeine Kontrolle seines Wesens und seines Gemütslebens ging ihm dann wohl doch schon verloren. Aber er hat vielleicht auch schon gespürt, wie die Schwester ihn nach seinem Zusammenbruch instrumentalisieren würde. Doch vorerst gibt es noch Lichtblicke in Nietzsches Leben. Durch mal wieder von Meisenbug hat er Paul Reh und Lou Salome kennengelernt. Grüßen Sie diese Russin von mir, wenn dies irgendeinen Sinn hat. Ich bin nach dieser Gattung von Seelen lüstern. Ja, ich gehe nächstens auf Raub danach aus. In Anbetracht dessen, was ich in den nächsten zehn Jahren tun will, brauche ich sie. Ich fühlte mich sogleich zu Nietzsche hingezogen. Äußerlich ist er wenig einnehmend. Er ist durchschnittlich groß, hat eine sanfte Stimme und einen durchdringenden Blick, welcher eher nach innen als nach außen gerichtet scheint, als gelte es, eigene innere Schätze zu hüten und zu bewahren. Schätze, die er durchaus mit der 17 Jahre Jüngeren teilen will. Dieses Mädchen ist mir jetzt durch eine feste Freundschaft verbunden. Ich habe seit Langem keine bessere Errungenschaft gemacht. Ich wünsche in ihr eine Schülerin zu bekommen und, wenn es mit meinem Leben auf die Länge nicht halten sollte, eine Erbin und Fortdenkerin. Doch bald drängt sich für Nietzsche der Gedanke an Heirat in den Vordergrund. Ich wollte allein leben. Aber da flog der liebe Vogel Lou über den Weg. Die zweite große Frau in seinem Leben war natürlich Lou Andreas Salomé. Da war nun doch mehr Erotisches im Spiel. Aber diese Dreierbeziehung, auf die er sich einließ, Paul Reh und Lou und er, konnte natürlich nicht funktionieren und brach auseinander. Lou Andreas Salomé wäre natürlich auch nie auf die Idee gekommen, sich auf ein längeres Verhältnis mit Nietzsche einzulassen. Er war für sie ein bedeutender Kopf, aber doch niemals ein erotischer Partner. Liebe anzufügen, dass er es blind vor Liebe zum hundertsten Mal mit der Schwester verdirbt. Die darf nämlich ab und zu als Lous Anstandsdame fungieren. Und sie ist bald entsetzt von Fräulein Salomés schamloser Art, ihrer erotischen Ausstrahlung, mit der sie nicht nur den Herzens Fritz, sondern die gesamte Männerwelt bezirzt. Und dann noch die Geschichte mit der Peitsche. Es gibt ja dieses berühmte Foto, auf dem allerdings nicht die Herren der Schöpfung Nietzsche und Reh die Peitsche schwingen, sondern die von beiden begehrte Lou. Eine Rollenumkehr, die Verwirrung stiften mag. Dieses Zitat gilt ja vielen bis heute als Beweis für Nietzsches Frauenfeindlichkeit. Was aber weniger populär ist, Nietzsche hat es von der zu Zeiten der Französischen Revolution für die Gleichberechtigung der Frau kämpfenden Philosophin Mary Wollstonecraft übernommen. Und sie, wie Nietzsche, benutzt es als Ironie auf die scheinbar unerschütterliche Vorherrschaft der Männer. Es wundert also nicht, dass Frauen, die Nietzsche gut gekannt haben, wie beispielsweise Ida von Mjaskowski, für ihn Partei ergreifen. Gerade sein Wesen Frauen gegenüber war so zartfühlend, so ungezwungen und kameradschaftlich, dass ich in Nietzsche keinen Frauenverächter sehen kann. Die wenigen feindlichen Worte, welche er über die Frauen geschrieben hat, können wie mir scheint auf das Krankhafte zurückgeführt werden, das sich in seinen Werken sporadisch geltend macht. Und es stehen andererseits so viele schöne, ja erhabene Worte über die Frau und die Ehe in seinen Werken, mit denen der Philosoph sich gleichsam selbst widerlegt. Darf ich anbei die Vermutung wagen, dass ich die Weiblein kenne? Das gehört zu meiner dionysischen Mitgift. Wer weiß, vielleicht bin ich der erste Psycholog des ewig Weiblichen. Sie lieben mich alle. Zum Glück bin ich nicht willens, mich zerreißen zu lassen. Das vollkommene Weib zerreißt, wenn es liebt. Ich kenne diese liebenswürdigen Menaden. Ah, was für ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches, kleines Raubtier. Und so angenehm dabei.